Mein Freund hat extrem Hunger und ich habe mir jetzt ein Gericht ausgesucht, was nur 5 Minuten dauern soll, laut einem TikToker, den ich jetzt hier auch markiere. So, jetzt die Zeit läuft. Als LRSS brauchen wir Nudeln, die müssen kochen. Okay, wir stoppen hier mal einmal die Zeit, weil natürlich dauert das länger, die Nudeln zu kochen. Aber die Uhrzeit wird jetzt wieder gestartet. Jetzt brauchen wir Öl, Tomatenmark. Das Ganze wird jetzt angebraten. Dann machen wir die gekochten Nudeln rein. Das Ganze wird umgerührt, dann kommt auch noch Sahne hinzu. Und ja, italienische Kräuter dürfen nicht fehlen. Und Käse. Und Leute, das sieht so lecker aus. Es zerfließt schon richtig. Und ich muss sagen, wir haben es fast in 5 Minuten geschafft. Okay, in 10 Minuten. Aber Hauptsache, mein Freund schmeckt.